Herzlich willkommen zu einem kurzen Video zum manuellen Feedback in der Aktivität Test. Öffnen Sie den abgeschlossenen Test in Ihrem Moodle-Kurs und wählen Sie Ergebnisse. Stellen Sie nun die von Ihnen gewünschten Parameter ein und klicken Sie auf Bericht anzeigen. Klicken Sie nun auf Versuch überprüfen unter dem Namen der Person, der Sie Feedback geben möchten. Um Feedback auf die Antwort zu geben, klicken Sie unter einer Frage auf Kommentieren oder Punkte überschreiben. Sie können nun Ihr Feedback schreiben und formatieren. Sie können nicht nur offene Fragen befeedbacken, sondern auch unterschiedliche Formate, wie etwa Multiple Choice.